Die Linkskurven rein. Ja gut, nach drei, vier Runden sind die Reifen dann aufgewärmt, dann soll es nichts mehr machen. Ja, Berger, was denn fliegt das Rad raus? Wie geht denn das? Hallo? Das haben wir auch noch nie gesehen. Hallo? Maxime Berger auf der Supersonic Ducati. Ja, das ist Ducati. Zentralverschluss. Zentralverschluss. Einarm schwingen, so gemeint. Ja.